willkommen zurück bei youtubers live unserem kochstudio und es geht gleich weiter sie hat gelernt und ich denke dass wir jetzt mal ein neues rezept noch erstellen und zwar für vegetarien wir wollen ja abwechslungsreich kochen so haben wir nur eine möglichkeit vorratskam und ich glaube jetzt moment müssen wir vielleicht auch zutaten jetzt kaufen einkaufen damit es dann so vonstatten ok ist es jetzt schon da ist es jetzt da kommt das jetzt weiß ich nicht ich soll mal kurz noch was essen gehen ich weiß nicht wurde dass das wurde doch geliefert oder ich gehe jetzt davon aus dass das auch so ist oder haben wir das gleich dabei versuchen wir es wir möchten ein rezept erstellen vegetarisch habe ich gesagt ja ja jetzt sieht es schon besser aus ok dann machen wir was mit reis und pilzen wieso ist das jetzt orange werden es versuchen rezepten rahmen ich bin so einflusslos fegis 1 dann machen wir ein video neues video und zwar genau das kochtipps wir haben nur das plastikmesser und die mikrowellen los geht's winkende begrüßung du erinnerst dich nicht welches zutat das nächstes kommt sarkassischer kommentar du beschließt eine andere zutat hinzuzufügen nur eine class warum sing in der kommentar okay wir hätten professionell nehmen können du beschließt ja das ist immer noch nur zwei mensch oh das sieht schon besser aus das passt mal es passt es passt wir wählen einen titel und einen weichen fokus oder doch rendern 20 neues level hochladen so in der zwischenzeit sollte sie natürlich auch wir haben dann coole begrüßung haben wir du hast eine neue karte erhalten wähle eine reaktionskarte aus die sie sollte jetzt aber noch ein bisschen lernen gehen sonst wird mutti böse unterdessen kann das video nämlich hochladen jetzt müssen wir noch abonnementen ahoi erfüllen sehe ich gerade unten links okay kochbuch öffnen das ist das die zwei die wir erstellt haben haben wir hier sonst gar nix wir brauchen neue rezepte unbedingt rezepte stellen wir versuchen es einfach noch mal irgendwie was für fleischliebhaber jetzt machen wir so werden hier mit fleisch und dann das letzte mal mit zwiebeln mit pfeffer was zusammen machen so ähm fleischi und darüber müssen wir natürlich auch gleich ein video machen fleischi fleischi natürlich ein kochtipp mehr geht noch nicht plastikmesser mikrowellen müssen unbedingt alle neu einkaufen weil das ist echt übel winkende begrüßung du erinnerst dich nicht welches zutat als nächstes kommt lustiger kommentar eine zutat fällt auf den boden ja fröhliche äußerung und ab in die mikrowelle und fertig ist es dass sich das muss wahnsinnig gut schmecken denke ich furchtbar dann nehmen wir das und so und dieses sollte passen und wir haben auch ein fokus noch titel ändern hochladen aufgabe abgeschlossen jetzt gehst du was essen kann ich das jetzt genau danach gehst du schlafen danach solltest du noch lernen ist jetzt noch gut wir können das alles schön anführen ist fast wie bei der sims kriegen wir nämlich auch genügend lämpchen und wenn das alles erledigt ist müssen wir mal schauen wir haben aber gelernt BBC sehr gut du hast eine menge in dieser woche gelernt wenn du so weitermach bekommst du vielleicht ein Geschenk. Okay. Okay. Ja, wir wollen ja schließlich hier rauskommen. Was haben wir für Kommis? Richtig gut, das hat echt Spaß gemacht. Beeindruckend, was du deine Nacharbeitungsfähigkeit her, welches Programm verwendest du? Bitte, bitte, bitte verrate es mir. Mit Plastikmesser hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn du nicht weißt, wie man Videos richtig aufnimmt, dann solltest du es besser kein YouTuber werden. Ich hätte ein anderes Koch-Roten-Ziel verwendet. Es ist klar erkennbar, dass Mamas Mikrowelle für dieses Rezept ungeeignet ist. Denke erst mal nach, bevor du anfängst. Okay. Sehr gut, du hast einen neuen Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen Talentpunkt. Okay. Das muss hier oben sein. So, ein Talentpunkt. Wir können ja nur das wählen. Was ist das? Erkläre, wie man die köstlichen Rezepte nachkocht, die du gerade erworben oder entdeckt hast. Okay. Und was ist denn da hier? Achso. Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Wuhu! So, jetzt. Wir brauchen... Ach, das ist teuer. Das ist teuer, 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 teuer. Anfängermesser. Anfänger, wir haben viel zu wenig Geld. Das können wir schon mal knicken. Brauchst du einen Kochtisch oder ein scharfes Messer? Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Geld. Okay. Okay. Geld kriegen wir, wenn wir arbeiten gehen. Und jetzt muss ich gucken. Die haben genug geschlafen, genug gegessen. Zehn. Zehn. Fünfunddreißig. Okay. Soll ich das machen. Zeitungen austragen oder was auch immer. Schön. Wir haben neue Kartentanzende Begrüßung. Du bist richtig gut drauf und jonglierst mit deinen Utensilien. Kurzer Kommentar. Okay. Was wollen wir nehmen? Wir jonglieren mit den Utensilien. Versuchen wir noch ein Rezept herzustellen, wenn es geht. Irgendwie eine andere Kombination. Und zwar machen wir mit Champignons. Zwiebeln. Ist doch ekelhaft. Weiter. Das ist ein Gemixe. Darüber werden wir jetzt nämlich ein Video machen. Wir benötigen Kohle. Rezept erklären. Genau. Jetzt haben wir da das freigeschaut. Plastikmesser. Mehr haben wir nicht. Mikrowelle. Video starten. Wieso ist das jetzt zurückgesetzt? Fortsetzen. Weiter geht nichts. Winkende Begrüßung. Wie immer. Du hast eine falsche Zutat verwendet. Äh. Sarkastische Kommentar. Eine Zutat fällt auf den Boden. Hatten wir vorhin. Fröhliche Äußerungen. So, ab an den Computer. Jetzt hoffe ich, das passt einigermassen. Ähm. Ne. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Naja. Spielt eigentlich keine Rolle. Es passt so halbwegs. Äh. Wir benötigen noch einen Titel, um hier höher zu kommen. Und was nehmen wir noch? Fokus. Rendern. Neuer Rekord. Oh, krass. Schneiden, kochen, braten. Alles neues Level. Cool. Hochladen. Die Abonnementen steigen auch. Das seht ihr unten links. Schauen wir mal kurz aufs Handy, wie das aussieht mit den Prüfungen. Du hast oft, wie oft du gelernt hast, ja, dann gibt es hier noch die Freunde. Was machen wir jetzt? Kann ich da irgendwie was? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wir chatten mal mit denen. Ich sollte warten, bis das, okay, ach so. Okay, dann gehen wir nochmal lernen. Und wenn du zurückkommst, gehst du arbeiten. Und dann kannst du schlafen gehen. Und dann versuchen wir das nochmal mit den Freunden. Ich sehe gerade, wir haben hier eine neue Karte. Kurzer Kommentar. Tanzende Begrüßung. Ja, wir nehmen die Tanzende Begrüßung. Nachrichtigungen. Neue Zutaten im Laden. Marktchef, okay. Boah, die ist fixen doller. Beeindruckend. Wo hast du deine Nacharbeitensfähigkeiten her? Welches Programm verwenden du? Das hatten wir schon. Für dieses Rezept kann man Mamas Mikrowelle verwenden. Aber ich würde andere Koch-Utensilien ausprobieren. Ja, uns fehlt definitiv das Geld dazu. Achte auf die Kommentare, um herauszufinden, ob ein Utensil gut oder schlecht zu einem Koch-Utensil passt. Okay. Das Utensil-Plastikmesser habe ich auch zu Hause. Die perfekte Wahl für dieses Rezept. Akzertieren. Oh je, die ist fixen fertig. Erstmal schlafen und dann was essen. Neue Karte. Zudecken ist wohl nicht. Hallo, Pru. Ich heiße Giovanni und bin Koch. Ich weiß nicht, ob du schon von mir gehört hast, aber ich bin einer der besten Köche der Stadt. Ich habe einige deiner Videos gesehen und finde, du hast Talent. Nimm ein Video mit einem meiner Rezepte auf. Wenn es gut wird, hörst du wieder von mir. Auftrag vom Koch. Okay. Schweinsländerstieg. Okay, machen wir. Ich muss hier aber erst auch noch was futtern. Wo finde ich das jetzt? Moment. Neues Video. Äh. Ach so, okay. Hier kommt Öffnen. Schweinsländerstieg. Okay. Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Wie kann ich das kurz beenden? Hallo, Pru. Jetzt muss ich gucken. Nehmei, ein Koch-Tipps. Das war jetzt genau das, was ich nicht wusste. Koch-Tipps müssen wir aufnehmen. Hier, Koch-Tipps. Da können wir noch nichts ändern. Video starten. Ich glaube, die Mikro-Wähler geht am Arsch. Hm. 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 Das Gericht scheint ziemlich stark angebrannt zu sein. Oh. Professioneller Kommentar. Das gehört dazu. Jetzt hoffe ich, dass das einigermaßen... Ähm. Ja. So. Was benötigen wir noch? Ton können wir noch nicht viel machen. Äh. Und das noch reinziehen. Rendern. Neuer Rekord. Neues Level. Meine Güte. Bewerben wir das noch. Fünfzehn. Joa. Investieren. Weil ich hoffe, das geht dann gut mit dem Typen. Mal warten, was rauskommt. Laden wir das Video hoch. Sie soll unterdessen natürlich nochmals lernen gehen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei YouTubers Live im Kochstudio. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.